Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen und It's finally happening! So, also, ja, finally, wenn wir das sehen, ist eigentlich schon der dritte Ausbruch, beziehungsweise hier hat er es versucht, hier hat er es versucht und hier versucht das aktuell, der Kurs aus diesem Rising Wedge, was wir jetzt hier haben, in das Falling Wedge hineinzubrettern. Und was soll ich sagen, die Indikatoren sehen alles andere als gut aus, also wir werden uns heute mit dem Thema befassen, ob es ungefähr das hier wird tatsächlich oder ob wir unseren coolen Bullrun bekommen, den wir wollen, der uns Kurse von ungefähr 30.000 US-Dollar bei Bitcoin verspricht. Also wir werden das heute alles mal aufklären. Alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen! Schön, dich auch heute begrüßen zu dürfen. Wenn du das erste Mal dabei bist, gerne ein kostenloses Abo dalassen und für alle anderen und auch für dich gilt, gerne einen Daumen hoch dalassen für den Support, für den Kanal und für Kryptowährungen. So, ja, also vielleicht nochmal so das große Ganze für die Leute, die jetzt gerade erst einschalten. Wir haben hier unseren Abwärtstrend, das Falling Wedge, was wir jetzt hier haben und der Kurs hat sich jetzt über ungefähr anderthalb Monate dahin gearbeitet für den Wiedereintritt. Das heißt, wenn der Kurs das schafft, bullisches Signal und das Ziel wäre dann hier diese Abwärtstrendlinie. Da möchte der Kurs raus, also ganz grob gemacht irgendwie diesen Stunt hier machen. Ansonsten haben wir hier ein Rising Wedge, Bear Flag, whatever, wie du es gerne haben möchtest und der Kurs rutscht dann deutlich wieder unter die 20.000. So, das ist unsere Ausgangssituation, die wir jetzt hier haben. Also get rich or die trying für Bitcoin Kurs. Also entweder schafft er es jetzt oder wird jetzt erst mal absegeln. So, vier Stunden Chart. Wir gucken uns das Ganze erst mal hier an. Auch hier wieder unsere 22.500, die wir uns ganz grob merken. Hier eingetragen bei mir bei 22.558. Du kannst selbstverständlich andere Kurse haben. Du siehst es hier ganz direkt über mir. Hier sind oder die Kurse stammen von Binance hier im 4-Stunden-Chart gegen Tether US. Also nichts, also ist nicht schlimm, wenn du andere Preise hast, musst du nur bedenken. So, auch hier vielleicht nochmal der kleine Reminder. Wir haben ja unsere Trendlinien aktuell. Hier diese Kurse bis zum oder bis zum Treffen der Trendlinien. Vorher gibt es den Breakout. Auch das hier bestätigt das wieder. Haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Das Ganze auch hier hinten konnten wir uns das hier ausmalen. Wenn wir uns hier diese Trendlinie denken, die geht hier eigentlich noch weiter nach hinten. Das hier beim 23. hatten wir glaube ich den Schnitt, das vorausbricht und wir haben gesehen, das ist der Fall. Starke volatile Phase haben wir aktuell. Sehen wir auch. Ganz normal bei solchen Ausbruch und Retests alles vollkommen okay. Im Prinzip auch das hier ist ein Retest der Abwärtstrendlinie gewesen. Deswegen jetzt auch der Pump nach oben und wie gesagt der zarte Eintritt in unser Falling Wedge, was er hier beim ersten Breakout nicht geschafft hat. So, ähm, bap, 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 bap. What making wir? Wir making erstmal den, äh, den Daily, um einfach mal zu zeigen, wie hoch kann er noch gehen, wo kann er hinfallen, denn das ist zumindest mal etwas etwas Erfreuliches. Wir nehmen jetzt nämlich den, äh, anchored WeWeb, äh, mit dazu. Allerdings jetzt nicht vom 1. August, das wäre hier das Ding, da sind wir nämlich schon längst drüber geschossen. Wir wollen nämlich gucken vom Crash oder Dump, je nachdem. Das ist ja immer ein heikles Thema, wie wir Content Creator das nennen. Ich sage einfach mal Crash, weil der Schock war groß. Äh, so. Also. Unser WeWeb, also unser Volume Weighted Average Price, den wir hier haben, also seit dem 1. Juni Volumen gewichtet, wo wurde jetzt am meisten getradet, unverkennbar, der Preis ist unten, selbstverständlich, geht jetzt aber leicht nach oben durch unseren, ja, Bull Run, wenn man so möchte. Ich meine, es ist, wann kam der, der Low Point am 18. Juni, ist jetzt auch nicht so lange her, ähm, kann man schon so als kleinen Bull Run sehen. Trend Reversal, also Trend Umkehr noch nicht. So. Dann siehst du, wenn wir das Ganze ein bisschen, äh, entzerren, dass bei 24.000 aktuell der Kurs liegt, aber hier bei 25.000, paar zerquetschen, du weißt ja immer, paar Dollar oben und unten drunter, ist dann der Stopp. Also 25.000 ist jetzt hier erstmal der Stopp, der angegangen werden könnte. Wir können jetzt, wir könnten nochmal Lord Fibo mit dazu nehmen, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. Erfreulich ist aber, dass die 22.581 hier unser schöner WeWeb sind, das heißt, unser Support, unser Key Level von 22.558 ist damit abgedeckt. Plus, äh, komm, alter Mann, so, haben wir geschafft. Sehr gut, wir haben hier unsere Trend Linie, die nach oben geht, wir haben unser Key Level definiert und unser WeWeb zeigt hier Support Anleihen, oder Support kann er hier unterstützen, Anleihen im Finanzsektor zu nennen, ist ein bisschen blöd. Äh, deswegen, äh, Kommando zurück mit dem Begriff, nicht, dass da Verwirrungen auftreten. Also, 22.5 merken wir uns im Weekly, bitte schließen, damit der Trend nicht gebrochen wird. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, warum ich auf dieses Key Level heute so poche. So, denn, ähm, entweder schließt heute der Daily dort und morgen knackt es so ein bisschen nach unten, werden wir gleich sehen, oder die Rakete geht nach oben, was für uns aber, jetzt auch nochmal ansehen können, ist, wo machen wir das, wo machen wir das, ah, ich weiß schon, wir machen nochmal unser Volumenprofil und zwar für den gesamten Crash, der uns schon seit November 21 drin ist, ah, guck, falsches Volumenprofil, wir brauchen Custom Range. So, so, hab ich schon gewundert, warum sieht das so komisch aus. So, auch das sehr, sehr erfreulich, warum? Die rote Linie ist der Volume Point of Control, also dort, wo am meisten gehandelt wird, dort möchte der Preis hin. Auch das deutet erstmal darauf hin, dass der Kurs absacken wird, aber über unserer Trendlinie ist der Kurs, das siehst du wahrscheinlich nicht so ganz gut, auch da wieder psychologischer Support in diesem Fall, äh, liegt bei 23.016, ich sag ja ein paar Dollar oben drunter, immer ganz normal, man will ja die Leute verwirren, nee, Quatsch, aber, ähm, 23.000 merken wir uns einfach mal, ist ganz cool, 500 Dollar unten drunter ist unser Key Level, lassen wir auch erstmal so mit drin. Als solches siehst du hier oben, dann aber in unserer letzten Range hier, die nächste Demand Zone bei roundabout 30.000 oder dann, wo der Crash seinen Anfang nahm, Entschuldigung, hier oben muss ich hingehen, so, zack, ganz genau, hier bei 30.000, bumm, 30.109 ist jetzt hier erstmal die Schranke drin, das ist der Kurs, der hier oben am wichtigsten war, also selbst bei einem bullischen Ausbruch müssen selbstverständlich wieder, äh, die 30.000 eben geknackt werden, also, selbst wenn wir hier irgendwie nach oben schnell sollten, tank, 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 so, ja, also ähnlich wie wir es hier unten aktuell auch haben, hier haben wir ja auch einen Anstieg und dann tank, 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 gehen wir jetzt hier nach oben, also, klingt auch immer sehr professionell, egal, egal, wir wollen es ja möglichst simpel machen, weil, wie gesagt, das ist hier keine Rocket Science und selbst Rocket Science ist keine Rocket Science, so, 4 Stunden Chart, nochmal, ähm, Retracement könnte jetzt erstmal kommen, wir können uns das ganz nochmal kurz für unseren aktuellen Kurs ansehen und dann siehst du, dass das eine schwache, äh, 0,3, äh, bei mir ist es, nennen wir das 0,382, ja, FIBO, hier unten, also quasi das Ausbruchniveau hier in Support bieten würde, aber sowohl das 0,5er als auch das Golden Pocket liegen innerhalb des Rising Wedge, also unsere bärischen Signale, nochmal zur, zur Verdeutlichung, diese Area hier ist unser Rising Wedge, unsere Bär-Flag, je nachdem, wie man es einzeichnen möchte, bärische Zone, gut, also BÄ, nochmal BÄ, und hier ist es eben, die bullische Zone nach oben in unser Falling Wedge mit rein. So, Montagsmaler beendet, wir schauen nämlich jetzt mal hart auf die Indikatoren, die wir jetzt mal mit reinnehmen, Volumen, habe ich schon gecheckt, brauchen wir heute, äh, eher nicht, was sehr wichtig ist, tatsächlich, ist das stochastische RSI, wir könnten jetzt nochmal die, äh, aktuellen Trendlinien mit einzeichnen, sehen wir auch, dass sie eben wunderbar auf unsere Trendlinie passen, brauchen wir auch nicht mehr. Mich interessiert, den habe ich tatsächlich noch nicht kontrolliert, ist der, äh, Divergans, also, äh, MACD, wohl aber sehr, sehr wichtig, wie gesagt, ist das stochastische RSI, passt auch, dass er diesmal oben ist, äh, bei unserer Anzeige so, ist nämlich wichtig, so, 1-Stunden-Chart, wuh, puh, MACD, wie gesagt, habe ich mir auch noch nicht angeguckt, 1-Stunden-Chart ist dabei, bärisch hier zu crossen, beziehungsweise ist hier, äh, von der überkauften Zone auf dem Weg nach unten, und hier ist dabei der MACD bärisch zu crossen, alles okay, wie gesagt, nach diesem Retracement, wir wollen erstmal nur die 22,5 in der Woche halten, auch wenn es ein bärisches Zeichen ist, wenn wir da, äh, rausgepumpt werden, wir kommen gleich nochmal dazu, dass die nächste Woche tatsächlich entscheidend ist, und spätestens, also, in den nächsten 7-14 Tagen erwarte ich eine höhere Volatilität im Kurs, und du siehst ja auch in der zweiten, äh, 2-Stunden-Chart, ebenfalls hoffnungslos hier überkauft, bildet hier schon, äh, die Plateauphase, der MACD, der Trendfolgeindikator, zeigt die ersten Schwächen an, kein Wunder, wie gesagt, wir sind unter den 25.000, wir haben wieder die 24.000-Marke, äh, gebrochen, die ja für viele sehr, sehr existenziell ist, meine Kurse hatte ich ja schon angegeben, sind ein bisschen höher, äh, beziehungsweise ein bisschen niedriger, hier, äh, hier unten, als besonders wertvoll, als solches, beziehungsweise, wenn, dann eben, äh, drüber, so, äh, 4-Stunden-Chart, wir haben wieder diesen Domino-Effekt, das heißt, wir werden hier all the way down gehen, wenn, äh, du siehst, von unten nach oben hat es uns hier diesen Pump gebracht, potenziell hat der Kurs aktuell dann eben auch die Chance, wieder das hier zu machen, wenn der Kurs komplett nach unten geht, ähm, der 4-Stunden-Chart sieht jetzt nicht ganz so schlimm beim MACD aus, also da wäre noch Luft nach oben, ähm, würde dann auch hier bedeuten, dass wir hier so eine Art Plateau bekommen, bis wir wieder runter segeln, also im Prinzip dieses Szenario hier hinten, ähm, also alles cool, aber wie gesagt, fehlt eigentlich nicht viel, dass es hier absegelt, und dann kommen wir jetzt zu unserem berühmten MACD im Daily, der hier oft hochgepumpt wurde, äh, wir können jetzt schon relativ deutlich sehen, dass die Market Maker einfach diesen Eintritt haben wollen, in das, äh, Falling Wedge, also in unsere bullische Formation, ähm, nur nochmal, kann natürlich die letzte Finte sein, äh, so eine Bear Rallye, dass die dann genau dann abhackt, also auch das, wir haben jetzt ein Breakout wieder aus dem Rising Wedge ins Falling Wedge rein, Retest, ja, der Pump direkt über mir hat noch nichts zu bedeuten, mal abgesehen davon, dass das hier im Daily Chart die aktuell gültige Kerze ist, das heißt, die kann sich auch noch, die hat keine Gültigkeit, die kann sich auch noch hier nach unten ausbreiten, wenn hier ein starker Abverkauf kommen sollte, also, nur, äh, zu sagen, also zum Beispiel hier sieht man, dass der Kurs ging hoch, wurde abverkauft, und ist sogar im Negativ geschlossen, also im Minus geschlossen, also aktuelle Daily Kerze, noch nicht für voll nehmen, bitte. So, ähm, aber wir sehen hier auch schon, so langsam, das Abschwächen dieser Kurve, wenn jetzt hier kein Pump kommt, du siehst es, kommt er hier noch nicht mal rüber, in die überkaufte Zone, und wird absegeln. Also auch hier, Weekly, Daily noch nicht mal, Weekly wird jetzt immer entscheidender, ist aber ein richtig guter Pump. Weekly lassen wir jetzt mal bewusst weg, ich glaube, das ist einfach mal ganz gut, was wir jetzt, äh, brauchen und wollen, ist Support über 24.226, das wäre nämlich dann auch der Retest, für unsere Abwärtsbewegung, äh, ein bullisches Signal wäre ein Schlusskurs, über 24.668, denn das wäre das letzte High, also das Local High, würde dann hier gebrochen werden, also zack, zack, das hier wäre ein sehr, sehr bullisches Zeichen, nochmal stochastische RSI, und die anderen Indikatoren, weisen darauf hin, so, meh, strong, aber hier unten, auf unserer Trendlinie, also, wenn der Schock kommt, also Crash, Dump, und sonst irgendwas, wird wieder gemeldet, wichtig ist, dass wir hier den Kurs halten, allerdings, würde dann unser Key Level, von 22.5, auch nicht mehr helfen, weil der Kurs dann deutlich drunter liegt, also auch da brauchen wir mehr Power, wie man bei Tool Time sagen würde, und damit sehen wir uns nächste Woche wieder, mach's gut!